Dumme Design-Fels, bis sie zu kritisch werden. Einbrecher hassen diesen Trick. Das ist ein Kinderspielplatz-Hilfe. Wer hat sowas designt? Bei den Fenster haben sie nicht ganz getroffen. Knapp daneben ist auch vorbei. Und dieser Fahrradweg ist auch echt nur für die Mutigsten gedacht. Was ich da lese, ist Sasa Lele und nicht Sale. Und hier hat sich die Zeitschrift einfach mal gedacht, man sollte den ganzen Link abtippen. Perfekt, mach ich. Irgendwie würde ich ungern auf diese Toilette gehen. Aber diese Toilette macht's auch nicht wirklich besser. Naja, wenigstens hat man seine Privatsphäre. Dieses Minion-Shampoo macht mir extrem Angst. Es blutet einfach aus den Augen. Diese Rolltreppe ist total dumm gemacht. Und diese Knöpfe beim Fahrstuhl machen meinen Kopf komplett kaputt. Deutsche Schule und links... Ach, du Heilige!